Was ist mit meinen Haaren passiert, man? Ich habe die dunkle Seite entdeckt! Watasirko hasirko Ja, ich hab wieder meinen Samurai-Zoff zurück Und heute sind wir mit einem anderen fetten Samurai unterwegs Und zwar, es ist nicht der Hammer Kid Made Und wir werden heute, was werden wir heute machen? Eine Ahnung, los geht's! Sie ist ein Mädchen, wusstest du das? Schick nochmal Ich stehe nicht auf Typen, ja? Das glaubst du jetzt? Ja, ich weiß das ja Aber später dann, ich komm vorbei, was dann? Ja gerne, gerne, komm hier Ja, jetzt aber mal komm hier Kein bisschen Halleluja, oh Gott, Halleluja Hallo! Eine Frau hat mich erobert Ich spüre... Ich bin überfordert Ich spüre Energie, die durch mich fließt Die durch dich in mir fließt Wie alt bist du? Was denkst du? 18 17 Nein 16 15 Also, es war grad so... Ich hab grad so... Junge, was hat er auf dem Kopf, Junge? Alter, du hast aber nichts auf dem Kopf Das sieht echt gut aus, muss ich sagen Alles gut bei dir? Schönes, schönes Mikro Den Tü, das fühl ich Wie heißt du denn, Lady? Ich schuhe SM7B, schönes Mikrofon, das fühl ich Fühlt auch dich? Wie ist dein Name? Okay, nee, das sag ich mir wieder Sag doch, wie der Name ist Alles gut bei dir? Kannst du Fragen beantworten? Kann ich bestimmt, was willst du von mir? Du bist doch ein Mensch, oder? Ja, ich verstehe auch, was du von mir willst Ich möchte wissen, wie du heißt Nenn mich einfach, Chantal Morgens um 8 hab ich ne Konflikt Schlüssel, 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 Schlüssel In die Tür rein, bam Ich bin drin, hol das Coca raus, zieh durch die Nase Wie ein Urlaubsgeburt Der Himmel, der Gewitter, bababababa Ich schieß mit AAK Würzig wie mein Arsch, wow Hast du Vertrag? Ich hab drei Jahre Studium gehabt, im Raps Welche Line fandst du am coolsten? Ich hab alles gefallen Ja Bruder, aber wenn man so richtig zugehört hat Dann hat man noch so drei Tiefsinnig gecheckt, weißt du? Wie fandst du die Coca durch die Zoa-Line, durch die Würze Arsch wie Lines? Der ist gut, ja Hast du den selber? Ja, ja Hast du ein Fenerbahce-Trikot an? Nein Ist das Gala-Sesserei? Dann können wir leider nicht weiter miteinander reden Bist du Ghana oder Fener? Was bist du denn? Kanata Ich guck keinen Fußball Einfach Seville Ja, spiel auf der Gitarre los Lauf, lauf jetzt Bruder, ey, der hat dein ganzes Lied auf diesen Moment gewartet Aber ich spiel in meine Augen, das dauert zu lange Ich guck, ich guck weg, okay, ich guck weg Wie du guckst weg? Also ich guck weg Ich guck dann nicht drauf Ja, das haben so Gitarre-Spiele an sich, oder? Eiii Mach eine Pause Harte Pause Und jetzt habe ich eine Frau gesehen Weiterspielen Ihre Ass war wie eine Felsich Ich kaufte mir eine Frau mit ihrer Ose eine SS Was? Was machst du denn hier? Ich hatte einen Schrank bei Ikea Und der war voll so, voll so wellig und so Der hat voll gepasst Ey, sag, schick Link, schick mal Link Ey, Kollege, unterm Tisch passieren andere Sachen Guck, guck unterm Tisch Na? Bruder, da ist eine Schlange, die will ich nicht sehen Ich bin ein kleiner Hoppelhase Ich komme aus Kosau Bruder, Baustein Brumm, Brumm Brumm, Brumm Aber warum auch so Bruder, das sind ganz andere, Mann Ah, das sind die anderen auf der A-Seite Das sind die anderen Baustein-Mitarbeiter Ah, die machen Warum hast du denn eine Kapuze auf, he? You get to Äh, musst du mich verstecken Genau das Warte kurz! Willst du einen rein? Willst du einen reingerungen bekommen? Uff Digga, komm Bushaltestelle, ohne kratzen! Ohne Fortnite-Skins wechseln! Hä? Was? Ja! Bitte Fortnite! Wie viel V-Bugs hast du? Wie viel V-Bugs? Ja, jetzt weißt du, wer mehr... ... hat. In der Hose. Haha! Digger und die Irren! Soll ich weitermachen? Oder wollen wir ein bisschen was anderes gucken? Guck mal hier. Seit wann hast du deine Jungfrau Häut verloren? Dein Häutchen, Häutchen. Es wurde angezündet. Seit wann hast du dein Häutchen verloren? Ja, ich hab's abgeschnitten selber und dann hab ich's verbrannt. Aber ich hab'n Freund von mir, der ist wahrscheinlich auch im Alter von dir. Da könnt ihr euch mal kennenlernen. Über 18 ist, dann passt das. Wie alt bist du denn? Ich bin 19. Super! Ja gut, dann scheißen wir auf den Freund und nehmen dich... Ja, super! Ich seh' dich jetzt zum sechsten Mal, oder so. Ich bin... Ach so, tut mir leid, dann hab' ich dich verwechselt. Ja, tut mir leid auch, alles gut. Ich bin... Ich bin fertig, Didi. Ferti, Didi? Ferti, Didi! Ich bin ein Vogel! Arr, Arr! Jeder Zweite fragt mich, ob wir unseren Konflikt schon gelöscht haben. Ob du mich bezahlt hast, oder bist du immer noch was schuldig. Das macht mich dann... Wie läuft die Liebe? Liebe? Ich liebe was Leckeres. Zum Beispiel... Schokolade? Schokolade! Weißt du, wie viele Frauen ich habe? Nee, ich weiß es nicht. Woher soll ich das wissen? Das hast du alles ohne mich gemacht. Willst du auch eine Frau haben? Vielleicht können wir dieses Geld ein bisschen umtauschen durch was anderes. Das ist keine schlechte Idee. Ich glaube, wir verstehen uns. Warum hasst du mich so eigentlich? Habe ich gesagt, dass ich dich hasse? Ja, du hasst mich. Nee. Ich sehe dich in deinem Gesicht. Wie heißt er jetzt auf YouTube? Warum hab ich überall Dreck auf meinen Pullover, Mann? Weiß ich nicht, musst du waschen. Willst du sehen, wie ich mich wasche? Nein, das möchte ich nicht sehen, alles gut. Aber Chantal, du bist doch eine Bad B, oder nicht? Ich heiße der Typ, der dich heute kennenlernt. Der Typ, der dich heute... Hey, Chantel, Chantel! Ich habe auf YouTube eingegeben, der Typ, der dich heute kennenlernt. Das erste Video ist 17 Tipps zur Selbstverteidigung. Da siehst du mal, was ich vorhabe. Ich muss mich verteidigen vor dir. Vielleicht auch. Bist du ein Bad B? Nein. Bist du ein Good One? Bist du ein One-Night-Stand? Ich möchte ein Mikrofon haben, das ist cool. Ich bin seit neuesten Hobbys. Willst du wissen meine Hobbys? Fahrrad fahren, Sonnenuntergänge am Strand. Ich habe eine Yacht. Strand beobachten. Mit Fernglas. Ich will dabei sein. Aber ich habe nur ein. Kaufst du mir wenigstens ein Fernglas? Aber ich habe nur ein Fernglas. Ein Auge du, ein Auge ich. Also so wie ich mit Pirat. Du weißt, was aus dem Tanz ist? Man drückt halt seine Gefühle mit seinen tänzerischen Scales aus. Und ich habe das halt gelernt. Zwei Jahre. Ich habe das studiert. Richtig mit Studium und so. Willst du das mal kurz sehen? To your heart and soul. Cause we ride and blow. And your nose will always ride to the close. And never split the ball in your balls. To your foxy crack. Wild, Alter. Ja. Weil dein Ei meistens geklaut wird. Und dann gefangen wird. Und wieder rein. Mein Auge war so schön. Bitte lass ein Like da. Und ich werde nächstes Mal für Alina eine Song singen. 10, 15, 20, 1000 Likes. Und ich werde meine Fuß dann steif. Ich liebe dich und dich und dich und dich. Lass ein Like, Like und ich mache nur noch dich. Bitte nächstes Mal guckt bis zum Ende. Und wer alles bis zum Ende geguckt hat. Ellenmann in den Chat. Kuss, 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 kuss.